Hey Roadies, hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Wir kümmern uns jetzt um die Main Quest. Die Sache mit Neon Knights. Auch wenn ich eigentlich will, dass das hier ein Full Play-Through sein wird, ist mit allem drum und dran. Ich glaube um die Name Quest kümmere ich mich alleine. Wir haben etwas bekommen, aber Jane hat den falschen Algorithmen für die Frequenzen gegeben, damit sie nicht richtig bezeichnet werden können. Kannst du es fixen? Ich bin Pilot, nicht Programmer. Ich kann es tun, aber es dauert ein bisschen Zeit. So. Ähm, wir müssen jetzt zur... Zerstörten Zugstation. Wir haben ja eigentlich mit dir gequatscht. Sorry if I was rude before. If the store had been empty. We all have our roles to play, Sedlak. How's yours going? It is giving me new respect for criminals who run front operations. Late shipments, supply problems or random police searches at customs. I thought this store was just a front. Best front is a real company. Praha Dovos is registered as an international shipping corporation in every country in the EU. I can get an office, way station or depot up and running anywhere in Europe within 72 hours. I do not suppose you spoke to Agent Chang while you were down there. No, should I? Oh. They've been having strange problems of late. Technical glitches, things like that. It's probably nothing but... Shit, we forgot to talk to Chang. That's right. Chang will figure it out. I hope. Well, I must get back to work. I'm glad you were not hurt in the bombing Agent Jensen. You and me both, Sed. Yup, 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 yup. See you soon, Chang. Okay, sorry, Maggie. Come back. Hey, Chang, ich weiß. Chill, okay? Chill, chill. Oh. 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 Okay. No. Wie sind das so weit? Wie ist das? Okay. Wo soll ich anfangen, ist die Frage. Okay. Ja. Ja, ich weiß. Ich bin immer vorsichtig. Aber wir werden uns trotzdem um die Main-Quest kümmern, auch wenn wir jetzt noch Samy Slat hier rein bekommen haben. Und zwar Travel to Ruzhika. Ihr wisst worum es geht. Er meinte wir sollen zur Bahnstation und dann halt dementsprechend. Die nächste Bahnstation ist, wenn wir hier im Norden weiter gehen und dort ist auch ein Händler. Also, hier weiter. Beziehungsweise da ist ein Gebäude in dem Leute leben und bei denen wir hoffentlich was verkaufen können. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Ich würde gerne was verkaufen, aber du redest nicht wirklich mit mir. Unnötig. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich hier noch nicht gewesen wäre. Ich war noch nie hier drin. Ich würde gerne einen für ihr Gebäude bekommen. Du könntest ihr einen echten Hund bekommen. Nein. Sie ist ein unverantwortlich kleiner Idiot. Sie ist ein schrecklicher Kind. Die Hoffnung mit einem Schrauben ist so weit wie ich noch nie gehen würde. Ich hatte das perfekte Gift für meine Nieße. Nur um zu lernen, dass die Puppetschart hat sich geöffnet. Das sieht so schrecklich aus. Also ernsthaft. Das ist ja mal ultra gruselig hier. Aber vielleicht können wir ja der Dame was Gutes tun und eine Puppe für ihre Tochter finden. Das sieht aus, als ob man das hier aufmachen könnte, oder? Vielleicht irgendwie über diesen Laden hier. Halt die Klappe! Okay, hier sind auf jeden Fall... 5, 6, 2, 2, 2... Türen für die wir die Nummern haben, was schon mal gut ist. Ah, da ist was. Wo ist das da? Okay. Okay. Das hat sich nicht vor. Ähm. So. Dich nehmen wir noch mit. Dich kann man hoffentlich öffnen ohne zu hacken. Nein. Super. Ähm. Okay. Okay. A haben wir B fehlt. So nach dem Motto, ne? Aber wir hatten auf jeden Fall schon den Schlüssel für die Tür. Ah. Ich würde fast schon sagen, dass... Ah, okay. Okay. Das haben wir hier. Blah, 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 blah. Das können wir klauen. Okay. Huh. Also ich meine, im Endeffekt was wir machen können ist, wir können ja auch ein Dings benutzen. Ähm. Wir finden ja jetzt mittlerweile so viel... So. Scrap. Das ist... Kein Ding sein sollte, mal eben ein Multitool zu benutzen. So. Einmal bitte aufmachen. Ordentlicher Haufen Geld, okay. Aber mehr als das scheint es hier auch nicht wirklich zu geben. Ähm. Da unten rüttelt und rüttelt ist. Und viel mehr gibt es hier auch nicht. Schade. Genau. Hier ist die Bahnstation. Wo wir auch schon mal waren. Haben wir hier drin? Nope. Eindeutig nicht. Ah, da kann man von oben irgendwo rein. Von da hinten. Wieso entdecke ich jetzt auf einmal so viel krassen Schild hier? Das ist leicht verwirrend. Alles so unerwartet. Quasi. Aber bei dir waren wir schon mal. Ja, ja, ja. Bei dir waren wir schon. Nein, kein Customer. Halt die Kappe. Ja. Ja, ist gut. Chill doch. Meine Güte. Ich habe doch nicht deine Kinder gegessen oder so einen Scheiß. Okay. Falls wir da hochkommen sollten, können wir auf jeden Fall hier ins Gebäude eindringen. Aber das wird nicht in den nächsten paar Minuten passieren. Ähm. Ähm. Hä. Nein. Hier ist es nicht. Gibt es überhaupt einen Händler? Bitte sag mir, dass es hier einen Händler gibt und nicht in dem sonst hell gekommen bin. Ah, fuck my life. Es gibt keinen Händler hier. Aber es gibt auf jeden Fall Tools mit denen wir uns einen kleinen Turm für da oben bauen können. Das auf jeden Fall. Ähm. Hm. Das blöde ist, dass ich eigentlich gerne noch hier in dem Gebiet bleiben würde. Bevor wir, ähm, quasi endgültig mit der nächsten Main Quest weiter machen. Beziehungsweise anfangen. Und halt dementsprechend auch, ähm. Oh man, wie das ruckelt. Dementsprechend auch. Quasi dieses Gebiet erstmal für uns abschotten. Denn davon gehe ich eigentlich aus. Wenn wir da jetzt zur Bahnstation runter gehen und uns einen Chef anrufen und halt sagen, hey bro, äh, gib mir da mal Zugang. Dann können wir halt dementsprechend das Gebiet hier erstmal für locker eine Stunde, halbe Stunde vergessen. Aber da ich hier noch einige Nebenquests habe, die ich gerne außerhalb der Aufnahme erledigen will. Ähm. Weil, ganz ehrlich, äh, ich befürchte so ein bisschen, dass das Ganze wirklich dann zu einem JRPG-Ausmaß von 100 irgendwas Folgen ausarten wird. Deswegen, ähm, ich werde auch das hier als letzte Folge dieser Aufnahme behalten. Dieser Session. Ich mache keine 27 heute, sondern nur bis 26. Und mich würde da auch wirklich interessieren, schreibt in die Kommentare, ähm, sollte ich die... Also, ich werde jetzt auf jeden Fall paar Nebenquests außerhalb der Aufnahme machen. Also, was heißt denn ein paar? Ähm, die eine mit Neonlights und, ähm, den, äh, Point of Information, Point of Interest, ähm, mit Neighborhood Watch. Die mache ich auf jeden Fall. Äh, aber mich würde auch dementsprechend interessieren, schreibt in die Kommentare und sagt an, wollt ihr, dass... Ich sage jetzt mal, jede zweite Nebenquest, ähm, on camera gemacht wird. Wollt ihr wirklich alles sehen? Wollt ihr halt den vollen Haufen alles drum und dran abbekommen? Oder, äh, wollt ihr wirklich nur die Main Story? Weil das ist so eine Sache, die sich bislang noch keiner dazu geäußert. Ich habe zwar, glaube ich, am Anfang gesagt, das soll halt ein Full Story playthrough sein, mit allem drum und dran. Aber, ähm, ich befürchte dann auch, dass es ein bisschen öde wird auf Dauer. Weil wir halt wirklich jede klitzekleine Nebenquest durchnehmen. Äh, das muss dann auch dementsprechend nicht sein. So. Also, schreibt in die Kommentare, wie es aussehen soll. Wollt ihr alles sehen oder erreicht euch die Main Quest mit irgendwelchen cool klingenden Nebenquests zwischendurch? Ähm, wir haben einen Point of Interest, der ist Neighborhood Watch. Und wir haben den grüsselt hier an Sight Missions. So. Ähm, Neighborhood Watch? Okay, ich mache... Der Point of Interest jetzt hier, weil der sollte eigentlich relativ flott gehen. Der ist hier vorne. Ah, der ist auf der... Oh. Dann muss ich runter. Adam's Apartment. Und dann werde ich die Folge beenden. Mal schauen, was unsere Nachbarn so... Dann muss ich das machen. Of course. So, genau. Ähm, wo ist es? Da. Ruzika. Da können wir jetzt jederzeit hin. Wir wollen aber erstmal zum Golem zurück. Ähm. Wir wollen zum Point of Interest Neighborhood Watch. Wir sehen uns gleich vor dem Gebäudekomplex, wo Adam Jensen wohnt. Und... Ähm. Bis gleich. So, da sind wir. Im Gebäudekomplex, in dem Adam Jensen wohnt. Und es sollen wohl seine Nachbarn sein. Ich glaube, das war hier... Entweder das oder die Höhe... Ne, Höhe. Aber das ist auf jeden Fall die Wohnung, in die wir sollen. Neighborhood Watch. Okay. Was... Was hat sich da jetzt getan? Äh... Okay. Haben wir jetzt die Lady? Was? Also es war jetzt einfach, dass wir hier in die Wohnung einbrechen sollten? Und sie ausräumen sollten. Okay. Äh... 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 Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Äh... Äh... Liken, kommentieren, subscriben. Ähm... Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr alle Nebenquests miterleben wollt oder nicht. Das ist eine ganz wichtige Frage, meine Freunde. Ich mach für heute Schluss, krümel mich und bis zum nächsten Mal. Und das war's... Auf dem Kopframmer auf dem Kopframmer. Und das war's...